Es ist heute Mittwoch, der 27. Mai und heute hat die Verladeaktion von dem Misthaufen begonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hallo liebe Freunde. Es ist jetzt 7 Uhr, kurz nach 7 Uhr und pünktlich war also der Fahrer mit dem Selbstlade-Lkw da. Ja, die Container sind gestern schon gekommen, die erste Fuhre. Den ersten Container hat er jetzt voll. Jetzt macht er die anderen vier, die da stehen, voll und dann kommt wahrscheinlich schon wieder der nächste Zug mit dem Abfall. Der tauscht die Container dann gleich immer und fährt die zu irgendeiner Deponie. Ja, und da gehe ich mal von aus, dass heute Abend also das Thema erledigt ist. Ja, das Problem ist, dass dann natürlich wahrscheinlich Anfang nächster Woche die Rechnung für die ganze Geschichte da ist. Es ist ja schon eine große Summe zusammengekommen. Wir haben ja über 10.000 Euro schon von euch dafür bekommen. Das ist ganz toll. Der Rest fehlt noch. Wir brauchen 13,7 oder was das Angebot war, das alles abzufahren. Ich denke mal, das wird zusammenkommen. Ich hoffe es zumindest, dass ihr uns da weiter unterstützt. Von einer ganz kleinen Spende bis zu den ganz großen Spenden ist da alles dabei gewesen. Und dafür erstmal vielen Dank, denn ohne eure Unterstützung wäre das Umweltamt jetzt wahrscheinlich auf uns losgegangen, hätte ein Zwangsgeld verhängt gegen uns, hätte dann ein Strafgeld kassiert und der Haufen hätte immer noch da gelegen. Und wir hätten da gar keine Möglichkeit gehabt, das abzufahren. Also wir hätten ja überhaupt nicht die Mittel gehabt, das zu bezahlen. Ja, hallo liebe Tierfreunde. Wir sind heute hier in der Unterkunft unserer Weihnachtsgänse. Und einen Morgen kam er hier rein und der Harald wollte sauber machen. Es stand so hoch Wasser hier drin. Die Gänse konnten baden hier dem Haus. Und zwar ist hier die Wand durchgegangen, da überall, ihr seht da Löcher, weil außen praktisch das Regenwasser vom Dach einfach in so einem freien Auslauf da ausläuft und das hier alles reingelaufen ist, weil die Wand dann irgendwann durch war. Das ist natürlich ganz schlecht, da müssen wir sofort was tun. Zum Glück haben wir ja Bernie, unseren Haushandwerker, der vor einer Woche angefangen hat, gut einer Woche angefangen hat bei uns. Und das heißt, wir werden von da oben, praktisch außen, ich zeige es euch gleich nochmal, ein Regenrohr langführen, was das Wasser auf den Beton ableitet, damit es dann hier nicht mehr reinläuft. Und dann müssen wir praktisch hier ein Brett vormachen, von außen das mit Beton vergießen, damit hier kein Wasser mehr reinläuft. Sonst geht das Gebäude kaputt. Und zweitens, unsere Gänse haben es nicht mehr kuschelig, weil wenn das ganze Heu natürlich hier nass wird, dann können die nicht mehr ordentlich hier sitzen. Und ihr seht ja, die bauen sich hier ein Nest noch, ihr seht da ja ein Nest wieder. Da haben sie auch schon wieder hier, wie ihr seht, Eier gelegt. Und daher ist es natürlich wichtig, dass wir diese Wand hier zukriegen. Und dabei nochmal vielen Dank für alle, die uns hier immer unterstützen mit Baumaterial, mit Sachspenden, mit Kabel und was wir alles so bekommen, was wir brauchen ständig. Vielen Dank und ja, schauen wir uns das Ganze mal draußen an. Vielen Dank. Vielen Dank. Und hier seht ihr das Problem. Und dann dürfte das Problem gelöst sein. Aber ihr seht, das sind alles die vielen kleinen Schwierigkeiten, die auf so einem Gelände wie dem hier auftreten. Und da geht es eben nicht nur um Tierfutter und um ein Tiergehege, sondern auch um solche existenziellen Sachen. Denn wenn man das so lässt, wie es jetzt hier ist, dann wird das Gebäude also mit Sicherheit in einigen Monaten bis zum Jahr wird das absacken hier, weil die Steine da unten sich ja schon aufgelöst haben und dann sackt das ganze Gebäude ab und geht kaputt und dann haben wir keinen Stall mehr. Und daher ist das natürlich ganz schlecht. Und auch diese Dinge müssen halt getan werden, die kosten Geld. Und das sind alles so die Dinge, die man einfach nicht sieht, wenn man das von außen sieht. Ja, ein bisschen Futter für ein paar Hunde. Aber dass die ganzen Tiere untergebracht werden müssen, dass man die Gebäude unterhalten muss, dass man Strom braucht, Heizöl braucht, Wasser braucht, Abwassererlechnung bezahlen muss. Und wie ja leider diese Misstaufenbeseitigung, ja das sieht man halt so alles nicht. Aber das sind so die ganzen Dinge, dieses ganze Drumherum, was eben auch sehr intensiv ist und immer wieder neue Schwierigkeiten aufbringt. So wie eben das Problem, was wir gestern erkannt haben, denn vorher war das nicht. Am Wochenende muss das passiert sein, dass die Steine da weggespült sind und das Wasser dann da reingelaufen ist. Vorher war da kein Wasser. Ja, und jetzt müssen wir es halt beseitigen. Ja, und jetzt müssen wir es halt beseitigen. Hier ist viel los, die halbe Müllabfuhr hier aus der Gegend ist hier vor Ort. Hier ein Container nach dem anderen kommt und geht und der Haufen wird einfach nicht kleiner. Also wir gehen jetzt schon davon aus, dass es doch wesentlich mehr ist, als veranschlagt wurde. Also es sind ja schon über 200 Kubik abgefahren und es werden wahrscheinlich 1000 Kubik sein. Ein Lkw nach dem anderen kommt und geht und die werden das in einem Tag gar nicht schaffen, wegzufahren. Das heißt, die Kosten werden im Nachhinein doppelt so hoch sein, wie das, was veranschlagt wurde. Also man hat den Eindruck von den Containern, dass hier der Wirtschaftshof der Müllabfuhr ist. Amen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier haben wir schon was weggenommen, wie ihr seht Hier ist es schon entsorgt Das ist bloß noch blanker Boden Und ja, da hat Harald den Beton da rausgesammelt schon mal hier Aber wie gesagt, man kann ja nicht diesen riesigen Berg hier Stück für Stück mit der Hand durchsammeln Das ist überhaupt nicht möglich Das kostet ja im Endeffekt dann mehr, als wenn man das jetzt durch die Siebanlage schüttet Außerdem, wer soll es machen? Wir haben gar nicht die Zeit dafür Ja, also erstmal nochmal vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben bis jetzt Soweit, dass wir zumindest das erstmal machen konnten Und das Umweltamt jetzt unseren guten Willen gesehen hat Und uns hoffentlich dann auch noch eine Fristverlängerung gibt Dass wir das vielleicht bis Mitte Juni komplett alles weg haben So lange werden wir brauchen Weil wir müssen auch erstmal wieder sammeln Damit wir das weitere Geld, was wir benötigen, um das abfahren zu lassen halt bekommen Und damit er mal einen Eindruck bekommt, wie groß der Haufen ist Gehe ich da jetzt mal hoch Ja, ich glaube, jetzt sieht man halt, dass der Haufen doch etwas größer ist Wenn man mal von oben nach unten guckt Und das muss halt, hier hört er auf übrigens zum Glück Ja Und das muss halt alles noch weg Also Alle nochmal vielen Dank, die uns dabei unterstützt haben Ja, liebe Freunde Nochmal an diejenigen, die den Zaun finanziert haben Vielen Dank Wie gesagt, wir haben jetzt eine große Ecke fertig Wir sind von hier den ganzen Weg lang bis hinten an die Ziegelstraße Also ein mehrere hundert Meter Zaun, die wir also gebaut haben Und ihr seht hier, unser Nachbar, der ist jetzt auch sicher Denn da war die einzige Umzäunung war dieses Brett hier Da hätten die Hunde einfach drüber springen können Und dann wären die praktisch auf dem Nachbargrundstück gewesen Und auch hier, seht ihr, hier war praktisch gar kein Zaun Ja, und wenn man hier jetzt durch die Gitter mal durchguckt Da ist der Zaun, der vorher da war Da sieht man ja zum Nachbargrundstück, das ist im Prinzip nur Ja, hingestellt halb schon umgefallen Die Hunde hätten natürlich ein leichtes gehabt, da drüber zu springen Und dann wären sie beim Nachbarn gewesen Deshalb konnten wir die gar nicht sorgenfrei hier rennen lassen Also von daher ist das natürlich eine tolle Sache Dass wir das jetzt alles zumachen konnten Wie gesagt, ich würde sagen, vom Ablauf her haben wir jetzt 50% des Zauns erstellt Jetzt müssen wir die nächsten Fuhren ordern Zaun, die Zahl sind sie ja Dann gehen wir praktisch entlang der Ziegelstraße einmal rum ums Gelände Also ich würde sagen, naja, nicht ganz die Hälfte ist geschafft Fürs mit dem Montieren Der Zaun ist sicherlich ein Provisorium, könnte man sagen Aber Provisorium sind ja meistens das Die Provisorien sind ja meistens das, was am längsten hält Und ich bin mir sicher, in 10 Jahren ist dieser Zaun immer noch da Aber für uns reicht er, er ist toll Die Hunde sind jetzt gesichert Und da ist es, worauf es ankommt Und darum nochmal recht herzlichen Dank Ohne euch wäre das wirklich alles überhaupt nicht möglich Und ich hoffe, ihr seht, dass die Spenden, die ihr uns gebt Auch dafür eingesetzt werden, für was wir sie bekommen haben Danke